So Du meinst ja gar nicht Wir haben noch ein zweites Duo-of-Q-Ding dabei. Das ist deine Chance zu sagen, ich will tanken. Falls du so willst. Dragonshire Astor Vaya Boah, ist das denn, Elite-Saya oder was? Tracer Tassa da? Von mir aus? Na komm. Die machen Elisabeth Harry genauer. Illidan Funkelchen wäre jetzt auch keine schlechte Idee, aber dann sind wir wieder... Full-Auto-Attack. Dann nehmen die Joanna und Lilly und das war's. Ah, da kam schon mal eine Joanna-Bahn. Hoffentlich nehmen die jetzt vermutlich Malph, aber das spielen wir uns ja dann in die Hände. Oh, Rainer. Rainer. Der Rainer. Nicht der Rainer, bitte. Der tut mir doch so weh. Und Lilly. Musst du den als erstes recken. Da hast du die Auto-Attacks. Schaffe ich glaube ich nicht schnell genug, weil der Rainer den Self-Heal hat. Und dann krieg ich noch ein Blind rein. Der Illidan haut ja auch drauf. Ja, müsste schon gut gehen. Große Vertrauen. Nimm Malph, Junge. Nimm Malph. Mein Hass kennt keine Grenzen. Jetzt haben wir drei Supporter. Wieso drei Supporter? Ja, sei er halber Supporter, ich halber Supporter mit Shielden. Und mal fünf Supporter. Ja, ergibt zwei Supporter. Sollte auf jeden Fall klar gehen. Also, das einzige was mir noch nicht so gefällt, was mir nie gefällt mit Illidan, dass wir dem das so mehr oder weniger in die Hände geben. Ja. Ja. Immerhin ist das der bessere Spieler von beiden. Aber das sagt ja noch nichts darüber aus, wie gut der mit Illidan ist. Der Leoric Pick hat auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Null. Gar nicht. Den kannst du auch fokussen. Der kann auch nix. Vor allem das krasse ist ja unser Illidan. Der hat einmal den Malph, der ihnen quasi ein Yield over Time gibt. Und dein Schild. Alter, der müsste auch richtig gut abgehen, ey. Und Zayas Schild. Und Zayas Schild auch noch. Also der müsste auch richtig die zerstören können, ne. Ja. Und die haben nur einen Blind. Sonst haben die nix. Kein Polymorph, kein Stun. Also eigentlich müsste das mit dem Setup auf jeden Fall machbar sein. Aber das hängt halt leider maßgeblich von dem Skill des Illidan ab, ne. Und von deinen Abholungen. Und von meiner Abholung. Seid gegrüßt. Zusammen kann uns beide niemand aufhalten. Aber da muss der Illidan trotzdem vorher rein. Damit, äh, das Fokus nicht direkt auf mich gelenkt wird, weil ich platze ja mit drei Schüssen. Die Schlacht beginnt in zehn Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Naja, du müsstest eigentlich auch mal kaputtbar sein und so viel Schielen. In der Theorie, in der Praxis bin ich in einer Sekunde tot, wenn die mich fokussen. Mein Gott. Fünf. Weißt du was ich mein? Der Reyna, der hält sich halt hoch mit seinem Ding. Ja, hat er auch nicht hier am Endlich. Bleib drauf, bleib drauf. Nicht gereicht. Oh. Was hat das nicht? Geknallt hat das. Ja. Der Illidan hat auch nochmal eingeholt. Die sind mal abgeholt worden. Komm, lass mal oben die Ming holen. Die ist schon mal abgeholt. Die ist schon mal abgeholt. Die sind Team Schild. Ist Sylvanas in der Mitte? Ja, das ist geil. Boah, wie ich fast noch gereckt worden bin, weil die komplette Minion Wave auch auf mich drauf genuket hat, ey. Die sind aber lecker, du. Die sind aber lecker, du. Leaming oben. Ah, blind halt, ne. Ja. Ja. Die platzen so schön. Vorsichtig. Ja, ja, ich wiege sie in, äh, hier. Ne? Guck mal, wie greedy die ist, alter. Kannst du richtig baiten, ey. Oh, Mitte, Sylvanas. Muss man nach unten gehen? Kannst du die recken? Ja. Muss man nach unten gehen? Kannst du die recken? Das ist eh das geilste, dass er die Ulti von der Tracer mitnimmt. Blutrausch. Ja. Das war alles, ja. Wo waren wir noch gleich? Gut gemacht. 7-0. Fünfte Minute. Da geht noch was. Hm. Ja. Das macht den Kainer, hier die Minions weg. Ich bin forward. Mei. Ja. Die Minions weg. Man muss noch was nehmen. Ja. Was ist das? Das ist das? Die Minions weg. Das ist das. Ja. Das ist das. Alter, ja das meine ich halt, ne, ich bin in einer Sekunde tot, oh fuck. Wenn keiner vorher reingeht, der die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, meine ganze Statistik kaputt. Okay. Okay. Was ist das? Bitz! Junge, Junge, Junge. Ja, ich sag ja, ich bin in einer Sekunde tot. Das geht schnell, da muss ich aufpassen. Ja. Haha. Okay. Hier kann ich glaube ich endlich mal einen Querschläger nehmen. Wenn ich hier so sage. Richtig. Ohohohoho. Very nice. Das ist der Wesen. Und Lili? Lili vorfrieden? Ah ok die kommt wahrscheinlich weg aber. Wenn die Force down sind dann wird es für mich noch lustiger weil die da nicht mehr weglaufen können. Ah. So close. Da drauf, da drauf, da drauf. Da drauf. Ich hab kein Maler für einen Shield. Ja gut, dann lauf ich lieber. Jetzt hab ich wieder Mana. Ja guck mal, ein Heal vom Mana und ich bin voll. Kann ich sagen, schieß auf irgendein Manion, dann wirst du auch wieder voll. Oder auf einen Reiner. Komm, ich gönne mir mal mehr Movement Speed. Auf Shield. Ja, ist gut. Ja, jetzt komm ich endlich mal voll hier hin. Wo bist du? Hinterher. Ja, ja, ja. Keine Charges mehr auf dem Blink. Mein Rekord waren 20 Kills in einem Heldenligaspiel. Aber allerdings ohne Tassada, ne? Und vor allem ohne einen guten Tassana. Das könnte rekordverdächtig werden, die Runde hier. Ja. 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 ein paar Jahre im momen und wir und dass sagen also waren das kriegen wir nicht. Oh, er versucht es trotzdem. Gute Hand. Ich hätte ihm sagen können, dass das nichts wird. Ja. Ja, wir sollten nicht anfangen in die Tower zu greeden, das ist Quatsch. Ja. Sie sollten ja einfach abfarmen weiter. Ja, ja, klar. Aber die trauen sich doch nicht mehr raus, guck doch. Ja. Die haben wir zu hart erniedrigt. Oh, jetzt wollen sie es, jetzt wollen sie es. Nimmt alle. Ja, Elida will kurz das Easy hier machen, okay. Hey. 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 Ja. Boah. Hinter euch ist Ming. Lass uns das machen. Ja. 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 Da. Das ist ein bisschen doof hier bei den Gebäuden. Weil die hauen mich echt schnell runter, so ein Keep, ne? Da möchte ich jetzt nicht so hart reinbiegen. Auf dem offenen Feld? Gar kein Problem. Ah, so zum Beispiel. Oh, ich brauch zwei Kills noch für den neuen Rekord. Was die Heldenliga betrifft, ne? Quickmatch liegt der Rekord höher. Ja, komm, dann geht die Linie. 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 Wuhu! Pff, nur fünf Worts. Sechs. Ja, richtig nice. Ich sag ja, mit dem richtigen Team, auf einer richtigen Map wie Drachenschreine hier, wo die Leute gesplittet spielen. Boah ey. Das geht richtig gut. Mein letzter Rekord mit 20 Kills war auch Drachengärten. Hä, ich bin mal gestorben? Ja, ich glaub einmal. Wo bin ich denn gestorben? Ich bin auch einmal. Ich hab irgendeine Freundschaftsanfrage erhalten. Ich auch. Soll ich die annehmen? Ja, warum nicht?